Ein DJ-Set besteht darin, die Platten anderer zu mixen. Doch den Techno genießt man vor allem live. Immer mehr Produzenten nutzen also ihre Computer, um live einen wirksamen Sound zu kreieren. Ich kann langsam fahren und dann den Motor aufheulen lassen. Mit den Filtern davor spürt man die Leistungsfähigkeit. Und wenn ich dann voll aufdrehe, werden die Leute wie von einer Welle mitgerissen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Werden die Leute wie von einer Welle mitgerissen? Die Leute wie von einer Welle-BeAST Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.